Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal. Es ist ein Info-Video. Wer hätte es anders erwartet? Und in diesem Info-Video gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich will eigentlich nur den Upload-Plan ansagen. Ich entschuldige mich für das Rauschen, falls ein Rauschen vorhanden ist, von meinem PC im Hintergrund. Und das liegt daran, weil mein PC auf meinem Tisch steht und mein Mikro eben auch. Und den Rest kann man sich, denke ich, mal zusammenreimen. Ja, ich rede ja nicht gerne um einen heißen Breyer rum, deswegen fange ich gleich mal an mit dem Upload-Plan. Er ist sehr, sehr einseitig. Ja, Montag, Minecraft Singleplayer Let's Play. Dienstag, Minecraft PvP. Mittwoch, Minecraft Singleplayer Donnership. Samstag PvP, Freitag Singleplayer. Samstag oder Sonntag ist immer verschieden. An einem von den beiden Tagen kommt gar nichts. Heißt Samstag oder Sonntag kommt nichts. Aber es kommt auch irgendein Spiel halt. Was weiß ich, von Trackmania bis zu Hitman. Immer sehr verschieden. Ja, was ich noch sagen wollte, ich spiele jetzt im Moment Splec. Also das Gameplay ist Splec auf dem Hive-Server. Und PvP ist immer von zwei bis fünf Personen. Das heißt, ich und noch wer anderer. Wenn wir zu zweit sind. Oder halt ich und noch vier andere. Ja, und das war es ja eigentlich auch schon fast. Texture Pack, Beschreibung ist jetzt nicht wichtig. Aber ich muss jetzt noch irgendwas labern, bis das Gameplay vorbei ist. Und da ist es auch schon vorbei. Das heißt, ich verabschiede mich und Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.